Alter, hier sind überall Mücken, die uns zerstächen hier, ey. Das ist hier gar nicht klar. Die meiste Zeit des Weges sind hier überall Mücken. Das ist richtig... Das ist richtig besch... Das ist richtig beschissen hier, hier zu sein. So, und weil wir im Mückenzerstechungswald drin waren und wir die meiste Strecke vom ganzen Heizstuckenweg total zu stochen waren, hast du jetzt das hier dran geklebt. Ja. An der Tasche. Ja. Genau, für die Autofahrer, damit einer von denen uns Mückenspray gibt. Das ist eine voll cool Tour, aber die ganzen Mücken, die nerven rum, die stechen uns und sowas. Die sind voll scheiße, die ganzen Mücken müssen weg. Guck mal, es ist windig. Wenn hier Wind drauf strahlt, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, dann können keine Mücken dran stechen, weil die wegfliegen. Also die werden hier von Wind weggeweht. Genau, deswegen ist das hier gerade Mücken frei.